Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Der Start ist, wie ihr wahrscheinlich schon hört, nachvertont, da es Probleme bei der Audiospur direkt am Anfang gab. Ja, wir werden heute wieder ein HIT-Video machen, ein Hampelmann-Workout. So eine Neuauflage von dem ersten HIT-Hampelmann-Video, nur diesmal mit besseren überarbeiteten Qualität. Und ja, wir werden fünf Übungen machen, und da jeweils mit 50 Sekunden aktiv und 10 Sekunden Pause. Untertitelung. BR 2018 Als nächstes gehen wir einmal in die Knie, hoch springen, machen zwei Hampelmann, ein wieder hoch und hoch. Und we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on Bis zum nächsten Mal. Als nächstes machen wir zwei Liegestütze und zwei Frontjacks. Wir fangen an. I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't want to miss a beat. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go... Als nächstes machen wir 50 Sekunden. We'll go through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go... I don't want no rest, through the願ies, through the NOAA. And on and on- we'll go! Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommen wir zum Finisher, den normales Verschauen zu holen und mir den danach nichts anders gemacht, vergesst nicht euer Coo-Down, wir machen Starjumps und dabei darauf achten, Arme und Beine wie ein Stern auseinander zu machen. Die letzten 15 Sekunden, ihr schafft das! Das war's von dem Video, wenn ihr wie gesagt jetzt nichts anderes macht, denkt an eurer Coole und ist auf jeden Fall sehr wichtig, bis zum nächsten Video, ciao, bis bald!